Test vom Franskoi Schleifpapier, Ramslab, Franskoi, 40er, fangen wir einfach mal an. So, die Lochung stimmt. 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 Die Absaugung ist sehr gut. Also, geht gut durch die Löcher. Kaum Staub da. Und ja, das war jetzt mit Textmarker direkt im rohen Holz eingezogen, abgeschliffen. Ja, um die drei Minuten ist okay.